Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute gucken wir uns die Blockchain mal an, wie sie tatsächlich ist. Und ja, die wichtigste Seite dazu ist meiner Meinung nach blockchain.info. Das ist eine Seite, da wird einfach alle Informationen über die Blockchain, die ihr euch so vorstellen könnt, werdet ihr dort höchstwahrscheinlich finden. Wir haben jetzt hier, also das ist wirklich die Startseite davon, wir haben jetzt hier neueste Blöcke stehen. Und ja, das ist hier folgendes. Und zwar, wir haben hier mehrere Blöcke, einmal Block 500.248, dann haben wir 500.247 und natürlich die beiden davor noch. Das sind einfach immer die neuesten Blöcke. Man kann hier natürlich auch noch alle anderen Blöcke angucken. Und wir sehen, wann diese Blöcke jetzt rausgekommen sind. Der eine hier vor 31 Minuten, der andere vor 21, dann einer von 14 Minuten, der war ein bisschen zu schnell und dann einer vor 13 Minuten, der Block war einfach viel zu schnell. Es ist wie gesagt, es ist ein durchschnittliches Block generieren. Wie diese Blöcke generiert werden, wollen wir uns noch genauer angucken. Keine Sorge, das heißt Mining und sowas gucken wir natürlich auch noch an. Ja, wichtig ist jetzt hier erstmal, hier stehen die ganzen Blöcke. Hier steht auch Mifi-Transaktionen drin, sind hier 2.307 Transaktionen drin, hier 2.455 Transaktionen drin, hier 2.480 und so weiter und so fort. Insgesamt gesendet, wie viele Bitcoin hier wirklich gesendet wurden. Achtung, das hier vorne ist ein Komma, das heißt es ist ein Tausender Komma. Das hier hinten ist ein Punkt, das heißt danach geht es in die Nachkommastellen. Also hier 31.814,89 Bitcoin wurden versendet in diesem einen Block. Und hier steht auch, wer diesen Block weitergeleitet hat, das heißt wer hat diesen Block generiert, wer hat ihn gemeint und wer hat ihn veröffentlicht. Wie das alles funktioniert, werden wir uns natürlich noch genau angucken. Hier F2Pool, ja ein Pool sozusagen, wo mehrere Miner zusammentreffen und dann auch Mining betreiben. Wie gesagt, gucken wir uns alles noch genauer an. Gut, hier die Größe in Kilobyte von dem Block, das ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator, denn diese Blockgrößen sind auch stark limitiert. Werden wir uns auch noch genauer angucken, wie und warum, okay warum weiß ich auch nicht, aber egal. Und ja, das Gewicht dann auch noch in KWU. Das ist im Zusammenhang mit Zekwit und so weiter wichtig, aber das wie gesagt, schauen wir uns alles noch an. Okay, cool. Ja, jetzt sehen wir uns hier einfach mal den neuesten Block an, würde ich mal sagen. Und gut, das ist jetzt der Block Nummer 5248. Der wird bei euch genauso aussehen, wie er bei mir aussieht. Allerdings, wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich schon relativ alt, weil ich dieses Video jetzt wieder mal ein bisschen früher aufnehmen muss. Weihnachtszeit und so weiter, kommt ja alles. Und da bin ich nicht unbedingt immer da. So, jetzt sehen wir hier, wie viele Transaktionen da drin sind. Also das sind sozusagen hier oben die Metadaten. Unten stehen die ganzen Transaktionen. Gucken wir uns auch gleich noch an. Jetzt sind wir erstmal hier bei den Metadaten. Hier, die Anzahl an Transaktionen haben wir gerade schon gesehen. Ausgang insgesamt. Hier noch ein bisschen mehr Nachkommastellen, weil ja, sehr sehr wichtig auch, wie viele Nachkommastellen dabei sind. Dann geschätztes Transaktionen, ja, ist eigentlich, ihr könnt es selber lesen. Und die Hate ist genau dasselbe wie das hier. Das bedeutet einfach, auf unserer Hauptchain. Was ist jetzt eine Hauptchain? Ja, das werde ich euch im nächsten Video oder im übernächsten Video genauer erklären, denke ich mal. Dann der Zeitstempel natürlich, wann dieser Block eingegangen ist. So sieht also wirklich ein Block aus. Wer ihn gemacht hat, ist auch ganz wichtig. Und die Schwierigkeit, da werden wir auch noch drauf eingehen, wenn es um Mining geht. Ähm, ja, den Rest habe ich euch eigentlich schon gesagt. So, Block Reward ist natürlich auch ganz wichtig, wenn es um Mining geht. Da werden alle ganz scharf drauf. Zwölfeinhalb Bitcoin für den Miner gab es einfach so mal gratis. Also die wurden aus dem Nichts erschaffen. Der Miner hat dafür, dass er diesen Block generiert hat, zwölfeinhalb Bitcoin bekommen. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Bitcoin, naja, mehrere tausend US-Dollar wert. Ich glaube, es sind, wartet kurz, ich schaue nach. Gerade 17.000 US-Dollar. Das ist schon ordentlich und ja. Okay, hier sehen wir auch den Hash-Wert vom vorigen Block. Und das ist ganz interessant. Also nächster Block ist natürlich noch leer, weil es der neueste Block ist. Es gibt noch keinen nächsten Block, deswegen weiß man den nicht. Aber dieser vorige Block hier, der wird wie gesagt mit gehashed. Und das ist der Hash-Wert vom vorigen Block. Der Hash von dem aktuellen Block, den findet man hier. Das ist der hier. Und der vom vorigen Block, der wird mit in den Hash einberechnet. Dadurch wird der vorige Block immutable. Das heißt, er wird nicht mehr so leicht veränderlich. Warum das wichtig ist, schauen wir uns auch noch an. So, jetzt hier noch kurz die Transaktion. Also ich wollte euch eigentlich bloß mal blockchain.info vorstellen, weil man da wirklich sehr, sehr viele coole Features auch finden kann. So, das hier ist die sogenannte Coinbase-Transaktion. Da dürft ihr euch auch noch auf ein Video drauf freuen. Nein, das ist hier jetzt eine normale Transaktion. Hier sehen wir die Input-Adresse und die Output-Adresse. Okay, beziehungsweise die Output-Adressen. Warum das hier zwei sind, das werden wir uns auch noch genauer angucken. Hier klicke ich jetzt einfach mal auf die Transaktion drauf. Und da könnt ihr auch wirklich jedes Mal draufklicken. Hier könnt ihr auch den Hash-Wert hier merken. Und ja, ihr seht, jede Zahlung ist wirklich öffentlich. Das bedeutet, jeder kennt diese Zahlung. Also ich kann jetzt hier mir von fremden Leuten irgendwelche Zahlungen angucken, was ja eigentlich total absurd ist. Aber ja, das ist schon irgendwie cool, wenn ich jetzt hier weiß, okay, derjenige mit der Adresse Duster hat an denjenigen hier Duster überwiesen. Das kann einfach jeder nachgucken, indem er hier einfach diesen Hash-Wert kopiert und dann hier bei Block, Hash-Transaktion etc. einfach in die Suche sozusagen reinbringt. Cool. Das heißt ja, hier kann einfach jeder sozusagen alle Zahlungen sich genauer angucken. Okay. Coole Sache ist natürlich hier auch, wie groß die Transaktion ist. Dann natürlich hier, wie viel Gewicht sie hat. Das, wie gesagt, schauen wir uns noch separat an. Wann die Transaktion empfangen wurde. Das ist normalerweise oder muss eigentlich immer vor dem jeweiligen Block sein. Also die Transaktion muss natürlich empfangen werden, bevor der Block gefunden wird. Und dann wie viele Bestätigungen. Das werden wir uns auch noch genauer angucken. Baumschat mache ich jetzt nicht. Hier die eigenen Ausgänge. Also Eingänge 0,1 Bitcoin. Ausgang hier 0,984 Bitcoin und 0,16 Bitcoin sind die Gebühren dann. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich Gebühren in Höhe von 0,0016 Bitcoin. Das ist schon arschviel, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn eine Bitcoin, ja das steht sogar hier, sind 26,76 US-Dollar. Hat da einer einfach nur gezahlt, um eine einzige Transaktion durchzuführen. Hier sehen wir auch einen großen Nachteil von Bitcoin an sich. Transaktionsgebühren steigen einfach gerade ins Unermessliche. Und ja, hier könnt ihr gerne mal draufklicken. Einfach mal Skripts und Coinbase anzeigen. Das ist ganz interessant. Werden wir aber auch noch sehr, sehr detailliert durchgehen. Das heißt, habt da einfach ein bisschen Geduld, wenn ihr jetzt nicht einfach direkt alles schon vorher wissen wollt. Und wenn ihr es wissen wollt, dann müsst ihr es euch leider kurz selber beibringen. Oder einfach auf neue Videos warten. Gut, ich wollte euch wie gesagt einfach nur hier mal die Blockchain.info vorstellen. Hier müsst ihr, oder hier könnt ihr sozusagen einfach direkt... Ups, das ist jetzt Blockchain.com. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder auf Blockchain.info. Und ja, hier könnt ihr euch wie gesagt einfach alles angucken, so wie ihr das braucht. Und euch einfach mal die... Ah ja, jetzt wurde übrigens gerade ein neuer Block gefunden. Der hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Also wie gesagt, im Durchschnitt alle 10 Minuten. Hier haben wir jetzt einen neuen Block gefunden. Und ja, der enthält jetzt hier knapp 2,5.000 Transaktionen. Bitcoin hätte ich schon fast gesagt. Ja, cool. Und viel Spaß auf der Seite erstmal. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.